Wie würdest du dann Hans Martin als Lehrer beschreiben, wenn du jemandem anderes sagen würdest, wie ist er denn so als Mensch, als Lehrer, wie erlebst du ihn? Ich finde ihn natürlich sehr aufgestellt und sehr motivierend auch. Er lässt dich nicht hängen, du kannst mit allen Fragen kommen, er ist sehr versiert und er hat ein riesengroßes Wissen. Also jede Situation, die wir noch irgendwie nachgefragt haben, hat er immer erklären können, sein Wissen ist wirklich sehr, sehr groß, er ist sehr einfühlsam, kann auf die Situationen und die Menschen eingehen und er hat Humor. Es macht auch Spaß, damit zu machen. Es ist wirklich eine lockere, leichte Angelegenheit. Also man kann wirklich, ja man kann wirklich auch Spaß dabei haben, es ist nichts Ernstes. Die Leichtigkeit, die er ja eigentlich uns erzählt, bringt er auch mit. Sehr gut! Untertitelung des ZDF, 2020